Hi Leute, ja, ich chill hier gerade auf einem Liegefahrrad von einem Kumpel, warte, ist auf jeden Fall ziemlich chillig hier. Erstmal sorry, dass so lange kein Video gekommen ist, ja, ich bin nicht dazu gekommen, hatte immer so ein bisschen Schule zu machen, konnte ich nicht an die Kamera ran oder sowas, ja, war ein bisschen, ah, ich probiere, ich weiß nicht, weil sie sehen, wie es so ist. Hier so zwei ziemlich chillig, warte, ich probiere hier mal. Ich bin hier gerade mit ein paar Kumpels, ah, im Triptower Park und, ja, fahren heute ein bisschen an Bord, Liegerad, eine andere Kamera, hallo. Mal gucken, was noch so passiert. Kumpel filmt nicht gleich, wie ich hier so ein bisschen drifte, mal gucken, ich schneide mal, oh, da ist eine Lampe abgefasst. Ich schneide da mal gleich so ein bisschen zusammen, mal gucken, was dabei rauskommt. Das war jetzt nicht so gut. Puh, das eine Mal ist das Rad sogar so ein bisschen hochgegangen. So Leute, wir fahren jetzt wieder zu mir nach Hause und da filme ich noch so ein bisschen. Ein Kumpel von mir hat ein richtig geiles Licht. Mal gucken! Mal gucken! Bis zum nächsten Mal! Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen konnte, aber da kommen wir mal so Zeichen und so, das sieht ziemlich geil aus. Ja und vielleicht war der Vlog ein bisschen kurz, muss ich mal noch gucken. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, tschau. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, tschau. So Leute, ich bin gerade am schneiden und dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, noch das Ende zu machen und ich wollte einfach noch sagen, ja, eigentlich nur Tschüss sagen, dass ihr euch nicht wundert und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben daumen. Das war's. Tschau. Tschau.